Hallo zu Transportfieber und Transnuss und wir warten jetzt hier auf Kohle für einen neuen schnellen Zug Beziehungsweise, dass ich den hier lukrativer machen kann 32, das sind Ja, nicht viele So, die Eisenförderung kommt wieder voran Wieder 300 sind da wieder gelagert Ah, der Landauer ist fertig Den Landauer Detail Detail 1,79 Abbrechen 4, das sind dann wieder 32, genau Sehe ich genau Ahhhh Na ja, warten wir Erstmal will ich den hier mal vernünftig haben Oh, die Kohle, die schwindet Also die Kohle, Kohle und nicht Die Geldkohle, die schwindet auch, haben langsam aber Das hängt alles davon, weil dieser Zug hier zu schwach besetzt ist 700 Sofort ersetzen Oh, muss ich da wirklich viel noch zusammen bekommen Bis ich den, äh, meinen Wunzug zusammen habe Da hier könnten Zukunft relativ bald zu machen sein Das sind 6, sind 48 Das sind 16 Gut, aber ja, also die Hälfte länger Und Ja, werde ich mal dann wohl Eventuell ab und zu mal So ein Upgrade Gönnen So So Dann wird kommt gleich ein Upgrade So Dann bereiten wir mal das Upgrade vor Oh, wow, 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 wow 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 6, 6, ok Dann haben wir dann mit dem 60 kmh erledigt Da könnte auch mal eine schnell bessere Look vertragen Mit diesen schweren Waggons Beziehungsweise eine zu kräftigerere Oh, Gott, bald ist die Kohle da fertig commodities Produkte 3, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 1, 6, 6, 7, сч! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, stopp. Details. So, dann, 65, 15, oh nee. So, so am fetas in X-Muthier. Okay, die Produktion, die steigt da wieder. Da steigst du auch wieder, okay. 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 Das war's für heute. Ah, der Zielviertel ist schneller, das ist gut. 53, no, 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 Achtung, 56, wie fake, 68, hmm, hoffentlich. So, 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 so. So, 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 so Eine Million, gut, 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 eine Million haben wir. Wieder weg, na gut, bei der nächsten 80 sind wir da drauf, gut, aber der neue Zug, der wird teuer, 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 ach, über eine Million war das jetzt gerade, kurzzeitig, 1,05, Gibt es hier eine Zeit, bin ich, nein, nur Geld. Die Produktion steigt wieder, ob der trotzdem noch so viel drauf, Produktion 100, J, 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 J. Ich brauche mindestens zwei von denen. Na, da dürfen wir wohl gleich, oh, 1,5 Minuten brauchen wir jetzt schon, weil das Material, das von dem Material natürlich teurer geworden ist, weniger wertvoll. Komm, komm, komm. Ja. Ja. So. Dann gucken wir mal. Fahren wir mal die. Gleich wird der Ersatzdunschand etwas schnelleren Zug. Auch minimal. Körper auf dem Material ist denn weniger? Und dann brauche ich über 2 Millionen Euro. Jojoj 00. Sage ich euch. Hoffentlich sind die 60 Einheiten noch Personeneinheiten. da kommen schnell aus und tusten und hat jetzt top speed 62 personen an bord nein nicht ganz ausgebucht aber über 60 und 60k mauuuund ups Pfff die klau das buch ist für die da okay ups warte doch im ja eine milion mit dem transport ja gut 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 was wenn ich Details 1,77 übernehmen erst mal das ist oh jetzt habe ich da bin hoffen da kommt wieder der zung eins, zwei kaufen, dinge zu weisen die fahrt wird nicht profitabel mal sehen ob ich jetzt die fünf fahrten hinbekomme sonst muss ich noch einen dritten zug einsetzen den ich mir bestimmt weiter leisten kann die fahrten hinzufügen zwei, vier, sechs sechs, sieben, acht 1,3 1,3 million komm ist ja eine investition in die zukunft nein warten wir mal dieses Jahr ab 64 50 dir verpassen wir auch noch 2 1,5 1,5 1,5 eine fahrt abgeschlossen 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 Oh, die eine Million, die kann einqueren. So, das war jetzt knapp. Sofort ersetzen, sofort ersetzen, ja. So. Oh. Warum ist die... Nein! Fuck! Warum ist die Produktion da so niedrig? Wie soll ich denn da so... Du bezahlst? Ach ja. ass ich mich aufziehen. Nein, nein, nein. Dann kaufe ich da noch so einen Zug und packe da drei Alibi-Dinger da dran, dass er da das dann eventuell doch zählt. Drei, Nummer vier. Was ist denn hier los? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Hm. Eins, zwei. Ah, Linie 2, Linie 10, Linie A jetzt da. Schuss. 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 Das soll man eigentlich ja nicht machen. Fahrzeug? Fahrzeugersatz? 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 Ja, haben wir es doch noch geschafft. Das neue Jahrhundert ist noch jung, doch Amerika. Na, so, da machen wir das nächste Mal mit der nächsten Mission weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.